Weltweit ist er an der Spitze, aber bei uns reicht es leider nur zu Platz 3. Der kleinste Superheld des Marvel-Universums, Ant-Man. Das ist kein albernes Spielzeug wie der Iron-Man-Anzug. Wir sind erledigt. Wenn du klein bist, hast du übermenschliche Kräfte. Du bist wie ein Geschoss. Tja, Jungs, auch wenn er blank zieht, bis an die Spitze reicht es dennoch nicht. Immerhin aber Platz 2 für Magic Mike XXL. Unangefochten an der Spitze stehen unsere kleinen gelben Tick-Tack. Sie sind frech und sie sind der Albtraum jedes Superschurken, die Minions. Okay, mein Kick! Oh, uh... Okay...